Hallo Andreas Sprengart von Antenne Kaiserslautern. Tag, sei gegrüßt heute, 4. Februar 2021. Sag Andreas, stimmt es wirklich? Hat er verkauft den Blues? Brauchen die Therapie? Also ich kann dazu leider keine positive Rückmeldung geben. Was ich wahrnehme ist, ja, der Blues ist überall. Es ist Frustration da, gerade wenn Verkäufer immer gewohnt sind, dann auch positive Hormonausschüttungen zu bekommen, wenn sie Abschlüsse machen. Das ist für Verkäufer, für Hunter-Mentalitäten ganz wichtig. Und das fehlt jetzt komplett. Das heißt also, auch von der Psyche her ist das eine schwierige Situation bei so Typen Menschen. Ich habe gerade die falsche Mimik und den falschen Zungenschlag gehabt. Ich muss mich dafür entschuldigen. Ich meine das jetzt ernst. Die Sache ist doch nicht so lustig. Also ich habe den Eindruck aus der Ferne, dass es den Leuten nicht gut geht. Was ist da die Rolle des Verkaufsleiters oder des Chefs? Wie kann er seine Leute freundlich umarmen, pushen oder ihnen einfach ein Gefühl vermitteln, dass es weitergeht? Ja, wir haben diese Woche ein Meeting gehabt, wo es darum ging, sich an die Situation anzupassen und neue Strategien zu gehen. Das ist aus meiner Sicht der wichtigste Punkt überhaupt, weil es wird sich sehr, sehr viel verändern in der Werbelandschaft. Und von daher brauchen wir natürlich Handwerkszeug und Lösungen, das wir dem Kunden anbieten können. Das heißt, der Mediaberater möchte ja auch Sicherheit haben, dass er sagt, okay, ich habe was an der Hand, was in dieser Situation, in der wir uns gerade befinden, am Markt ankommen kann. Und von daher ist es sehr, sehr wichtig für die Führungskräfte, dass sie jetzt umdenken, dass sie jetzt schauen, was braucht der Markt wirklich, welche Kapazitäten und welches Know-how hat man und kreiert dann einfach angepasst andere Produkte, die dem Kunden helfen und wo man auch wieder Umsatz machen kann. Also für den Mediaberater ist das wichtigste Umsatz machen. Das ist das Entteilende. Das ist ein Endorphin. Das macht ihn glücklich. Und wenn das fehlt, braucht er Unterstützung und Streicheleinheiten oder guten Zuspruch. Was meinst du, eine weitere Instanz, die ihm vielleicht helfen kann oder ihr helfen kann? Was soll in den Familien- oder im Freundeskreis vielleicht passieren? Also das ist ja individuell abhängig, in welcher Situation man sich gerade befindet. Ich weiß auch nicht, ob die Familie oder der Freundeskreis, ob wir die jetzt als Radio-Führungskräfte erreichen und denen dann Tipps geben können, wie sie unseren Mediaberater da auch unterstützen können. Ich denke einfach, die Situation ist, wie sie ist. Und es ist offensichtlich, wenn man jetzt so ein bisschen in die Zukunft, in die nahe Zukunft blickt, dass sich sehr, sehr große Schwierigkeiten auftun. Und von daher, das weiß der Mediaberater auch, von daher kann ich nur Einfluss nehmen, indem ich Lösungen aufzeige und indem wir aktiv sind, indem wir nicht reagieren und warten, hoffentlich geht die Zeit vorbei und dann hoffentlich danach ist wieder alles gut, sondern indem wir uns einfach komplett umstellen. Und das ist die einzige Lösung, die ich momentan habe. Im privaten Bereich kann ich leider nicht so viel Einfluss nehmen. Ja, okay. Das sehen wir in anderen Branchen auch, ob das jetzt andere Verkaufsbranchen sind oder auch Schulen oder Behörden oder Impfstoffhersteller. Sie müssen radikal umdenken, schneller werden und auf die Zukunft hinbauen. Andreas, vielen Dank für dein Ohr und für deine Zeit. Und ich wünsche dir gute Verkäufe und gute Transformationsprozesse, die wichtig sind. Denn jetzt werden die Weichen gestellt für die Zukunft, womit ihr Vorteile haben werdet. Genau. Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. So. Ja, und hier haben wir jetzt Alexander Zeitlack in Radio Sales Weekly zu dem Thema Braucht der Mediaverkauf eine Therapie? Haben die Leute alle den Blues? Ich will jetzt nicht lächeln, weil die Sache ist nicht lustig. Ganz im Gegenteil. Da sind wir gleich beim Stichwort. Ist die Sache wirklich so ernst, lieber Alexander? Ich habe gerade mit fünf Leuten gesprochen, die ab morgen bei mir im Seminar sind. Denen geht es nicht gut. Es waren fünf junge Mediaberater, die alle im letzten Jahr eingestellt waren. Und das fällt ihnen sehr schwer, lustig zu sein. Ja. Das Endorphin des Verkäufers ist der gelungene Verkaufsabschluss. Und der Ansporn ist, dahin zu kommen. All dies fehlt momentan. Welche Therapie man in der Therapie ist in Betrieb? Da müssen wir unterscheiden zwischen Sex und Liebe. Verkaufsabschluss ist Sex. Liebe ist die Kundenbeziehung. Also wir haben noch nie bessere Zeiten gehabt, in die Kundenbeziehung zu investieren. Ich glaube, das ist der Blickwinkel, den wir brauchen. Ja, okay. Also Liebe zum Kunden. Ein altes Stichwort. Aber was jetzt? Es ist altmodisch, aber es ist immer noch aktuell. Ja. Ein weiterer Stichpunkt ist, den ich immer wieder höre, losgelöst jetzt von Streicheln und Aufbauung des Verkaufs, an die Zukunft denken, also jetzt wirklich offensichtlich notwendige Paradigmenwechsel durchführen und Transformationen betreiben und dadurch stärker dazustehen, wenn das jetzt irgendwann mal vorbei ist, als wir wettbewerben. Es gibt da drei Elemente, die ich sehe. Digital. Es gibt das Element, vielleicht neue Preispolitik. Und es gibt das Element Programmwechsel. Das sind meine Meinung. Wie siehst du die ersten Punkte? Also ich sehe noch einen dritten Aspekt. Also ja, Preise und Preispolitik ist ganz dramatisch wichtig, weil wir dürfen uns nicht erpressen lassen, wir müssen die Preise halten können. Ich arbeite inzwischen mit Kundenbeziehungen und Kundenabläufen im digitalen Welt mit Plattformen wie Slack, mit Miro als Whiteboard und gemeinsame Kollaboration und mit Dingen wie Trello, Kanban-Boards, Aufgabenteilung, Coaching und Mentoring von Kundenbeziehungen über die lange Stärke hinweg. Das ist das Paradigmenwechsel. Wir müssen andere Arbeitswerkzeuge haben, anders arbeiten. Ich kenne noch Beatrix24, habe ich gerade verlängert. Kommt auch gut. Ja, super. So, dass die Unterstützung von der oberen Hierarchie, sofern es die gibt, mit IT und digitalen Programmen, haben wir schon häufig in den letzten Sitzungen besprochen. Und da ist ja mein Credo, Leute, wir brauchen engagiertes Talkradio. Es muss nicht populär oder populistisch sein. Es sollte aber populär sein, ja. Mit anderen Köpfen. Nicht umsonst hat ein Thomas Gottschalk von woanders herkommen. So viel Erfolg immer noch. Wir hatten noch, jetzt aber wirklich einen ganz konkreten Punkt. Was machst du, wenn du eine Verkäuferin siehst? Oder was würdest du empfehlen, wenn eine Verkäuferin oder ein Verkäufer echt durchhängt und psychosomatisch leidet? Erkennbar. Also dazu braucht man auch einen Anlaufpunkt im Office. Also Homeoffice allein wird es nicht richten. Man muss auch Meetings und Meetingräume einrichten im Büro. Der Verkaufsleiter muss gelegentlich da sein und muss dann auch das Gespräch führen. Also das ist immer der eine Teil. Das ist nur die Verfügbarkeit als Ansprechpartner. Das andere ist tatsächlich Unterstützung. Da sollten wir ein Modell kopieren, was es an Hochschulen gibt. An Hochschulen gibt es die sogenannte psychologische Studienberatung. Das sind professionelle Psychologen, die meistens Lehrstühle haben, aber oft auch externe Ärzte. Ich würde mir einen Psychologen engagieren, einen Arzt in Berlin oder wo immer der Sender ist, der für eine pauschale 10 Stunden im Monat für die Mitarbeiter zur Verfügung stellt. Das ist professionell. Und ich habe just heute, allerdings in letzter Minute, versucht zwei, drei Psychotherapeuten oder Arbeitspsychologen zu gewinnen. In der Nachbarschaft habe ich sogar eine. Allerdings war es zu kurzfristig, aber diese 10 Stunden wöchentlich für die Mitarbeiter jemanden zu engagieren. Das ist eine Hausnummer. Diese Empfehlung darf ich mich von dir verabschieden. Danke für deinen Tipps und gutes Gelingen. Mach's gut. So, guten Tag. Hier haben wir Michel Collard aus Frankreich, ausgewiesener Radioexperte und im Geschäft seit über 30 Jahren, vor allen Dingen für Privatradios. Und zwar so ziemlich überall auf der Welt, zumindest dort, wo Französisch gesprochen wird. Und meine Frage an ihn lautet, wie auch den anderen heute, am 4. Februar 2021. Wie sieht es aus mit dem Blues bei der Verkaufsmannschaft? Hallo, Michel. Hallo, Helmut. Hallo, Helmut. Wie sieht es aus? 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 Es ist alles gut für die deprimen. Das ist die gleiche Sache, wie die depresion. Und die sportive, familiale, auch nicht zu sein, nicht zu sein, zu sein, zu sein, weil jeder noch geblieben ist. Das sind die Lösung. Aber es gibt es eher technische Lösungen. Aber ich weiß nicht, ob wir das auch sagen. Alors, j'ai entendu un truc que j'ai trouvé très intéressant, le rapprochement, le sexe, la sexualité et la vente. Et l'amour. D'abord, tu as l'amour pour le client, oui. Il faut l'entretenir, l'entretenir de plus en plus. Ce qu'on avait déjà fait avant, et là ça devient vraiment sérieux. Ensuite, ce qui manque aux vendeurs, c'est l'endorphine déclenchée par une vente réussie. Ça manque, il y a un tout. Alors que faire, faire du sport, les dorloter, les joyer, faire du sport, qu'est-ce que tu proposes ? Non, j'ai trois solutions. Alors, bon, je veux dire, toutes les solutions sont bonnes à prendre, on peut cumuler tout ce qu'on veut. Par contre, techniquement, je me suis aussi rendu compte que très curieusement, par exemple, des commerciaux ont réussi en janvier à signer des contrats annuels contre toute attente, alors que tout le monde est dans l'incertitude. Parce qu'effectivement, en pratiquant des remises sur des volumes annuels, ils se sont rendu compte que certains clients, ceux qui sont en activité, les annonceurs qui ont encore, qui ne sont pas complètement, qui ne subissent pas le confinement, qui peuvent encore travailler, finalement, ils s'engagent. Et le fait de signer des contrats annuels, là, maintenant, au début de l'année, ça redonne le moral à certains commerciaux qui ont du mal à signer des contrats à court terme, mais qui arrivent à signer des contrats sur le long terme. C'est assez paradoxal, mais ça, ça les met vraiment de bonne humeur. Contrairement à ce qui s'était passé l'année dernière, au printemps, maintenant, ici, tout est fermé, sauf la grande distribution pour l'alimentation. Sinon, pas de coiffeur, ni les fleurs, rien, sauf juste la bouche. Alors, on a quand même enregistré quelques contrats annuels, mais pas trop. Et je viens de citer les trois solutions qu'on a abordées, qu'on a trouvées. Premièrement, peut-être le point le plus important, c'est tout faire pour être préparé à un redémarrage dans le domaine du digital et ainsi produire un avantage par rapport à la de la concurrence. Être plus loin. Numéro 2. Et les prix, il faut garder les prix au maximum tels quels. Il ne faut pas trop bouger là-dessus. Et tu avais une injection que tu voulais prononcer. Michel, vas-y. Après, non. Il y a d'autres idées. Par exemple, moi, je pense que toujours d'apporter des idées, c'est primordial, même avant les histoires de prix. Parce que les commerçants... Nous, on a vécu en France des confinements, vraiment, déjà, où tout était fermé. Et on s'est rendu compte que, évidemment, il faut que les commerciaux se concentrent sur les activités qui restent ouvertes, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et en particulier, tout ce qui tourne autour de l'habitat, de la maison, de l'aménagement de l'intérieur, les cuisines. Et ça, ça fonctionne très, très bien. Voir ces gens-là remplissent même leur carnet de commandes pour longtemps et ont parfois même plus envie de faire de la publicité parce qu'ils ont trop de commandes. Mais tous ces secteurs d'activités qui peuvent quand même continuer, même si les commerces sont fermés, ça peut amener suffisamment de travail aux radios, à condition de venir avec des idées, parce que ces entrepreneurs ne savent pas toujours comment communiquer, comment utiliser la radio. Et puis, je voulais rajouter un point aussi qui est assez nouveau sur la fin d'année et le début du mois de janvier. C'est l'intérêt pour les podcasts qui prend vraiment beaucoup d'importance. Peut-être parce que, je ne sais pas, les gens s'ennuient, donc ils écoutent peut-être plus de podcasts. Mais les entreprises s'intéressent aux podcasts de marque, aux brand content. Et sur le plan local, régional, national, beaucoup de radios commencent maintenant à se diversifier et à vendre du podcast de marque avec la conception, la production, la distribution et la promotion de podcasts pour des entreprises, y compris des podcasts de communication interne aussi que les entreprises utilisent afin de parler à leurs équipes et à leurs salariés. Tu vois, il y a toujours quand même, à chaque fois qu'on est devant le mur, il y a toujours des solutions qui apparaissent pour autant qu'on cherche vraiment à s'adapter, à être créatif, à être combatif. Donc, il faut garder le mental dont on a parlé avant. Alors, avec du sexe, du sport, ce que tu voudras, mais il faut garder le mental. Et après, il faut être créatif, bien s'occuper des clients, s'adapter, innover. Et je crois que malgré tout, on s'en sort. Peut-être aussi pour terminer, par rapport à ce climat d'incertitude, la meilleure chose, c'est de se projeter et de se dire « Ok, c'est la galère pendant quelques semaines, quelques mois très probablement, mais un jour ou l'autre, on va sortir de ce tunnel, peut-être à la fin du printemps, cet été, cet automne. » Et à ce moment-là, tous les efforts qu'on aura fait, toutes les adaptations qu'on aura été capables de faire maintenant, elles porteront ses fruits un moment ou un autre. Donc, voilà, je pense qu'il faut quand même rester optimiste, même si les temps sont très difficiles pour les commerciaux radio. Tout ce qui est difficile peut produire du progrès. J'ai oublié de mentionner le deuxième point. Le deuxième point, ça ressemble un peu à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire le nouveau format audio podcast. On a constaté qu'ici en Allemagne, contrairement à ce qui se passe en France, on n'a pas le format TOC. Alors ça, c'est vraiment la grande urgence. Les radios privées ne pourront pas continuer comme ça avec leur programmation « Tout est bien, tout est joyeux, on est bien, traladi, tralala, terminé. » Et le troisième point, c'est assez étonnant. Je viens d'entendre une proposition d'un pionnier de la radio privée qui me disait « Écoute, je vais suggérer aux stations d'insérer un psychologue, un psychothérapeute qui reste intramurose pendant 12 heures par semaine pour parler avec les vendeurs et les vendeuses. » Et c'est étonnant s'il fait une prescription parce que bien proactivement, avant que ça devienne vraiment sérieux. Alors, il fait un petit papier pour le médecin ensuite et c'est payé par l'assurance. Voilà. Extra. Je trouve que c'est une très bonne idée. De toute façon, tout ce qui peut être fait pour aider, soutenir les commerciaux sera une bonne idée, forcément. Voilà. Sur ces mots, je te quitte. Je te remercie. Et bon ski à Samoni. So, hello. Hier haben wir, hello, aber ich werde jetzt erstmal auf Deutsch reden, haben wir am 4. Februar 2021, Jared Edwards aus London und er ist Chef von Podcast Radio eben in Großbritannien. Und ihn befragen wir mal, hey, Jared, please tell us, how's the business in London? Do you need for audio salespeople therapy? It's not a bad idea right now. We are quite lucky that we launched a brand new platform, doing something brand new that has a positive because people want something new. They like something new. It uses traditional radio, but it puts different types of programs never really be heard on radio. So that was new and exciting. It brings challenges that takes things like, well, you've got to build an audience firstly. So we had the excitement and the challenges of a new radio channel. What it does mean is that our salespeople see it as something new. And I think maybe that's some advice for sales. If you can approach it in a new way, if you can feel like you're selling something new, everything, everything new is exciting. And it's interesting for yourself. Do our salespeople need help? Not right now. They're okay right now because they knew, I think. Ask me in two, three years if the coronavirus lockdowns are still happening. I'm sure they will. And the advice you were saying about perhaps bringing therapists in for radio sales is a very clever idea, I think. Yes. Okay. So you are talking about two or three years. Oh, wow. So that's, that's a long stretch. I hope not, but you never know. I mean, no one thought one year would be close to a year, you know? Yes. So people here say in the radio business, no forecast costs before October 21. Yeah, that makes sense. Again, we're quite lucky that any forecast we make is we're picking it out of the air. We're not going back five years because we're a new platform. But we are able to straddle. And by that, I mean, you know, cover two different bases. We are radio and we're podcasting. And we're not just a radio station with podcasts. And we're not just a podcasting company putting some content on radio. Both of those, those things live together with us. And we've just launched our original content. So we're riding the podcast wave quite cleverly. And you could say it's lucky, but we launched because we saw this opportunity, not the other way around. And so we'll give us a hint, the percentage in revenue sales. Right. Yeah. Compared within the entire audio business podcast, is it 2%? Is it 10% or more? I think it's only around about 20% into podcasting that people are spending on. But they say, I think we've, we've just looked at that data today, for instance, they say in, in audio digital spending, you know, radio adverts, as well as podcasting, they say podcasting will be growing another 20% over the next two years. Now, those are guesses. Spotify today has just announced they've got 2.2 million podcasts on their platform. You know, that number they announced was 1.5 last month. So where is that extra 700,000? It's just growing so fast. And by, by it growing, it's more places to put ads, not necessarily because the industry is booming, but every podcast that gets launched is a chance to put an advert somewhere. Yes. So we have an overall estimate of 1 billion euros in radio audio advertising. So compared to your percentage, 20%, this would mean 200 million euros in audio podcast advertising. We are far away from this. It's about something like 30 millions, 20 millions. And web radio is 60 millions, 70 millions. So that's the state in Germany. Well, okay. So you are in the lucky situation. You don't need no therapist. Yeah. Well, we certainly we will one day, but we're still in a lucky, exciting new platform stage. Just the way if, if we asked Spotify, do they, do their sales need therapists? It feels like no, because right now Spotify is growing fast, but I think all it takes is a challenge, you know, another, a big challenge and, and radio's ridden and overcome every challenge. What will happen with Spotify when someone starts stealing Spotify's consumers and those who pay monthly, we don't know their sales team will need therapists too, but we're lucky. We've got a small team because we're a brand new platform and we're growing. And I think it's much easier with a small team to, to feel a bit more in control. Uh, and I think the therapists need to come in when you feel like you can't control it, no matter how hard you work, you're not getting any dollars or pounds or euros. Um, but it's, yeah, thanks for inviting me on to talk about it. It sounds like things are great for us, but we're lucky because we're new and we're still, you know, riding a wave of growing a platform. Um, we don't live and die by our sails, which is lucky, a lucky position to be in. So thank you very much, Jared. And, uh, best wishes to you all. Bye-bye. Thanks very much. Bye-bye. 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 Bye-bye.